Und nun zu den weihnachtlichen Neuheiten von Frosano. Da habe ich mir einmal diese coolen Vollmilchweihnachtsmänner bestellt, gluten- und laktosefrei. Und da sind insgesamt 9 mal 8 Gramm Weihnachtsmänner. Dann habe ich mir einen richtig schönen hellblauen Adventskalender zum Selberfüllen bestellt. Den gibt es auch noch in rot. Der rote ist von oben nach unten und der ist jetzt von rechts nach links, also senkrecht. Und ihr könnt auch bei Frosano Füllsets bestellen. Da könnt ihr die kleinen Schokotäfelchen, Gummibärchen extrem vergünstigt im Set bestellen und euch dann den eigenen Frosano Adventskalender füllen. Und was darf auch nicht fehlen, der Schokoweihnachtsmann, der ist so lecker. Den hatte ich letztes Jahr auch schon. Gluten, laktosefrei, low food map und das perfekte Weihnachtsnaschgeschenk. Das war also schon. Das war auch schon. Bis zum nächsten Mal. Ich spüre mit deiner Schokoweihnachtsmannung. Buber. Das war schon.